Ich möchte es möglichst gut machen und vermutlich besser als jemals jemand zuvor gemacht hat. Ohne Seil, ohne Klettergurt, ohne irgendwelche Sicherungen, rein mit meiner Kraft. Wenn man so eine Idee hat, dann muss man sich schon ganz, ganz sicher sein, denn wenn ich einen Fehler mache, dann war es das. Wenn man so eine Idee hat, dann kann man sich schon ganz, ganz sicher sein, denn wenn ich einen Fehler mache, dann muss man sich selbst ordinanceeln. Ganz sicher ist das die Sache. Der Geist, der Geist die Gest die Gesellschaft nicht mehr, dann war es das. Ich möchte dich jetzt was, weil wir heute vierte Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020